So meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu unserem Fernbus-Flexbus-Simulator. Wir fahren auch gleich weiter. Wir mussten in der letzten Folge leider auf dem Rastplatz anhalten, weil wir sonst mit der Stunde nicht konfirm geworden sind. Okay, geht ja gut los. Das war aber definitiv mein Fehler, weil man sollte auch nach rechts gucken. Also ich habe mich jetzt zwar gefragt, wo die KI da gerade angerast kam, weil die KI ja eigentlich nie dahin kommt, aber gut. Auch im echten Straßenverkehr, rechts vor links. Ich habe nicht nach rechts geguckt. Mein Fehler. Ne, was ich sagen wollte, willkommen zurück auf dem Weg nach Dresden. Gute 200 Kilometer haben wir noch bis Dresden. Ich hoffe, dass ich so einen Cut auf dem Rastplatz gemacht habe. Das ist okay. Der eine oder andere wird sich bestimmt bei der letzten Folge gewundert haben von wegen, okay, Osnabrück, Kassel, Rastplatz. Also alleine der Titel hat ja eigentlich schon wieder gespoilert, dass ich nicht bis zum Ende fahre. Aber ich schreibe ja meistens den Titel rein, wo wir überall sind, wo wir überall hinfahren. Das steht ja meistens im Titel drin. Außer das eine Mal, wo wir diese Zufallsroute da gekriegt haben, wo wir die Linie 1 gekriegt haben. Könnte sogar sein, dass das keine Originalroute war, was ich zuerst vermutet habe. Könnte sogar sein, dass er mir, obwohl ich von Hamburg nach Köln wollte, dass er mir aber anstelle die Hamburg-Köln-Route, dass er mir mal eine allererste Route erstellt hat, die Route 01, die ich erstellt hat, dass das die Linie 1 war. Weil ich habe nämlich überlegt, habe ich nicht am Anfang meine allererste Folge, überlegt mal selber zurück. Also wer von Anfang an hier beim Fernbus-Simulator Let's Play dabei ist, überlegt mal zurück. Habe ich nicht in Köln angefangen und am Anfang diese ganzen Städte um Köln rum abgefahren und diese kleinen Städte gemacht? Also ich bin mir nicht sicher. Könnte sogar eine von meinen ersteren Folgen gewesen sein, dass wir da so eine kleine Wiederholung mit der Tour eingebaut haben. Ich sag mal so, ist ja nicht schlimm, weil jede Tour verläuft eh anders. Mal mit ein bisschen mehr Verkehr, mal mit weniger Verkehr, mal bei Nacht, mal bei Tag. Also zumal wir sie beim allerersten Mal dann ja auch, wenn es denn wirklich die gleiche Tour war, die wir schon mal gefahren haben, dann war sie beim ersten Mal ja auch im Winter gefahren und diesmal war sie dann ja mit dynamischem Wetter gefahren, ohne Winter und so. Also wäre es ja kein Drama, aber ne, ich hoffe, dass wir hier auch mal zwischendurch in dem Video am Rastplatz Pause machen oder so und die Folge am Rastplatz cutten. Ich hoffe, das ist für euch okay soweit. Dementsprechend müsste hier in diesem Titel dann wahrscheinlich stehen. Rastplatz nach Dresden, nach Berlin und so weiter und so fort. Also das ist jetzt der Plan, dass wir jetzt nach Dresden fahren und von Dresden nach Berlin fahren. Das ist jetzt, sag ich mal, der Plan für diese Folge. Also ich hoffe, dass das dann für euch okay ist, dass wir dann auch zwischendurch mal so einen Cut einbauen. Weil immer mit Gewalt durchfahren bringt nichts, zumal 200 Kilometer hätte ich ja im letzten Video in den letzten vier, fünf Minuten gar nicht geschafft. Also so übermenschliche Fähigkeiten habe ich dann auch nicht. Tut mir leid für das ganze Chaos in letzter Zeit, weil ich hoffe, das Gameplay hat nicht zu sehr gelitten oder leidet nicht zu sehr. Kommende Woche mache ich jetzt auf jeden Fall die Videos, so wie ich es ja auch gesagt habe. Wie gesagt, denkt an die Umfrage. Bis morgen lasse ich die Umfrage noch laufen, bis bis morgen Mittag. Also denkt da dran. Weil die Videos mache ich auf jeden Fall Anfang kommender Woche noch. Kann aber sein, dass ich zum Ende hin kommender Woche dann nicht da bin oder ein paar Tage unterwegs bin. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Gut, am Samstag, also kommende Woche Samstag werde ich trotzdem... Ne, da ist es da schon? Ich weiß es jetzt grad nicht. Ne, da bin ich ja gar nicht da. Kommendes Wochenende bin ich ja gar nicht da bei den Community Streams. Weder Freitag, was ja sowieso momentan auf einem anderen Blatt Papier steht. Die meisten wissen ja mittlerweile warum, aber da auf das Thema gehe ich auch gar nicht weiter ein. Das zieht sich sonst durch zu viele Folgen. Aber auch am Samstag werde ich ja jetzt kommende Woche mit Roman nix machen, wenn ich jetzt die Datums richtig im Kopf habe, weil ist jetzt nicht kommende Woche ein Ende das 24 Stunden Rennen von Samstag auf Sonntag. Und da sitze ich wahrscheinlich selber vor YouTube und gucke mir das an. Oder ich durch das 49 Euro Ticket, Bahnticket, was ich ja besitze. Vielleicht fahre ich auch spontan hin. Schauen wir mal. Vielleicht fahre ich einfach spontan hin. Mal ein Wochenende schillen, ein bisschen Abstand von allem haben. Wie gesagt, es kann auch sein. Da mache ich aber dann wieder einen Community Post auf YouTube da vorher, damit ihr Bescheid wisst. Es kann auch sein, dass ich einfach mal ein, zwei Wochen komplett weg bin. Der eine oder andere wäre dann zwar vielleicht sauer von euch, wenn dann keine Videos da sind oder nur wenige, die ich vorher vorproduziert habe. Dafür gab es so gestern mal wieder zwei. Heute glaube ich auch zwei. Das müsste jetzt auch das zweite von heute dann sein. Also dafür gab es noch zwischendurch mal wieder zwei statt eins. Ich hätte auch sagen können, nö, wir bleiben bei einem am Tag jetzt erstmal, damit es da mehr sind. Aber ich möchte halt ganz gerne eigentlich wieder zu alten Formen zurückfinden. Und euch auch wieder den Content so bieten, wie ihr den gewohnt seid von mir. Aber naja. Und da man ja nicht alles im Internet preisgeben soll wegen seinem Real Life und so weiter und so fort. Und ich gebe von meinem Real Life schon sehr, sehr viel frei. Also ihr wisst sehr, sehr viel über mich, über mein Leben und so weiter. Also teilweise schon zu viel. Aber ich will das ja so. Also von daher alles gut. Aber es gibt auch Dinge, die müsst ihr halt nicht wissen. Und deswegen sage ich halt, es kann sein, dass ich demnächst einfach mal allgemein ein, zwei Wochen weg bin. Entweder schnappe ich mir das 49 Euro Ticket, fahre einfach irgendwo hin, schilme mal irgendwo ein, zwei Wochen. Und wenn ich dann wieder da bin, versuche ich mit neuem Mut, mit neuem Elan und mit neuen Sachen einfach wieder durchzustarten. Der eine oder andere würde, würde wir sagen, für was Maulwurf, für was? Du hast doch noch genug Elan und so, so wie du faselst und so weiter. Das kann auch gar nicht verloren sein. Aber es gibt so ein paar Dinge gerade, die nerven mich. Das ist nicht nur das, nicht nur das, dass es schon wieder, schon wieder den, den Stress da halt wegen der einen Sache gab. Wie gesagt, das Thema, das möchte ich gar nicht mal ansprechen. Das ist für mich, für mich abgehakt. Aber es gab auch, auch in der Familie ein bisschen Stress. Mit meinem Bruder wieder mal und so, dass der Scheiße behauptet hat und so. Gut, da stehe ich einerseits drüber, aber es ist dann trotzdem Scheiße, wenn es dann mit bestimmten Personen in der Familie, mit denen man klargekommen ist. Die Leute, die dann aus dem Weg gehen, werden halt Gerüchte über dich in die Welt gesetzt werden. Aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr harter Tobak und auch ein sehr heißes Thema, was da für Gerüchte in die Welt gesetzt worden sind. Deswegen denke ich halt ein bisschen Privatsphäre sollte man behalten. Das ist doch keine Verfolgungsjagd. Ne, aber im Videospiel, da fährt man gerne mal was schneller. Ne, aber alles, aber alles in allen Jagd weiß ich nicht. Also, ich sag mal so, ich kann mich nicht beklagen. Da gibt es andere Leute, die haben nichts zu essen im Kühlschrank oder keine Ahnung, kein Geld mehr auf der Bank oder sonst irgendwas. Also, es gibt da durchaus Leute da draußen von euch, denen geht es viel, viel schlimmer wie mir. Keine Frage, aber trotzdem, ich will euch halt damit einfach nur sagen, dass ich im Moment über sehr viele Sachen nachgrübel und über sehr viele... Das ist hier nicht die Formel 1. ...und über sehr viele Dinge nachdenke halt und so weiter und ich noch nicht genau weiß, wie ich was machen soll. Ich möchte deswegen aber das Gaming auch nicht an die Wand fahren oder das Gaming auch nicht aufgeben, weil dann würde ich alles, was ich mir gerade mit euch am Aufbauen bin, in einer Tour zerstören. Und gerade weil es momentan Leute gibt, die so positive Kommentare schreiben, die mich aufbauen und so weiter, gerade deswegen... Werden wir von der Polizei verfolgt? Nö, aber ich habe einfach Lust schnell zu fahren. Nö, aber gerade wegen euch da draußen, weil ihr mich so viel unterstützt momentan, also mit euren Kommentaren, dass ihr die Videos mögt, dass ihr die guckt. Gerade deswegen möchte ich es für euch, für euch auch weitermachen. Und natürlich auch für mich, also keine Frage, aber es kann passieren, auch wenn ich dann wieder die A-Karte habe und wieder, weiß ich nicht... ...drei, vier, fünf Leute von euch verlieren würde, dann wäre es halt so. Aber es kann halt sein, dass ich demnächst mir mal eine kleine Auszeit nehme, in der Hoffnung, dass ich danach einfach wieder... ...ja, einfach wieder fix durchstarten kann und für euch da sein kann. Also deswegen auch so ein bisschen ernstere Themen muss ich halt mal mit euch zwischendurch ansprechen. Wenn es mir keinen Spaß machen würde, dann würde ich ja nicht jetzt so viele Videos für euch aufnehmen. Ich habe noch einige, pass mal auf. Ich überhole es sogar in der Baustelle. Komm, ihr wollt doch auch mal zwischendurch die Fahrgäste meckern hören, oder? ... Weil das ist nämlich wieder dann der Nachteil mit der freien Fahrt und so. In der freien Fahrt haben wir ja eh keine Fahrgäste drin. Dass ich da natürlich keine Ansage angemacht habe, ist klar. Weil aktuell habe ich jemanden in den Kommentaren, den die Ansagen mega gestört haben. Und jetzt versuche ich halt Kompromisse zu machen. Dass ich die halt, wie gesagt, nicht mehr durchrattern lasse, oder, oder, oder. Oh, habe ich das Schild erwischt? Ich glaube, ich habe das Schild erwischt. Jetzt bin ich ein bisschen weggedriftet. Ne, nächste Woche in den Folgen fahre ich auch wieder ganz sachgemäß und ganz in Ordnung. ... Eigentlich wollte ich in den normalen Folgen immer in Ordnung fahren, immer gut fahren und so, aber naja. Passt halt alles gerade zu meiner Phase, zu meiner Achterbahnfahrt mit den Gefühlen. Sei es, sei es im Privatleben mit Familie, sei es, sei es hier so oder sonst irgendwas. Also keine Sorge, mir klaue die ja für die Leute, die wissen, dass... Für die Leute, die wissen... Hey, das war ein Blitzer! Ja, ja, ich habe zu spät runtergebremst, ich weiß, haben wir noch ein kleines Passfoto? Können die Mitreisenden, die Urlauber hier noch ein Foto, noch ein Foto mit nach Hause nehmen? Nein, Spaß. Ne, aber was ich sagen wollte, keine Sorge. Also für die Leute, die wissen, dass ich eine Freundin habe, habe ich ja auch schon oft genug gesagt. Also mit Claudi ist alles in Ordnung. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen, aber trotzdem habe ich momentan so ein bisschen... So ein kleines, so ein kleines bisschen Achterbahnfahrt, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen sind das ja nur Gedankengänge. Kann auch sein, dass ich keinen Urlaub mache, nicht mal für ein, zwei Wochen verschwinde und die Videos ganz normal kommen. Wie gesagt, da würde ich euch vorher in Form von... Von einem kleinen Community Text auf meinem Kanal würde ich euch da schon... Vorher Bescheid sagen, also so fair bin ich dann schon und so neutral. Aber kann halt passieren, dass ihr halt Bescheid wisst. Jetzt wollte ich Gas geben, weil die Ampel da hinten grün geworden ist. Dabei ist meine noch rot. Oh Mann. Hätten die nicht erst meine Ampel schalten können? Komm, mach Lack jetzt. Ich will nur noch ein bisschen nach Berlin, komm. Wir sind jetzt erst in Dresden, ich muss nur noch Berlin. Mach die Ampel grün, aber Lack. Da. Jetzt ist die hintere wieder rot, das war so klar. Na wisst ihr was, ihr könnt mich jetzt mal kreuzweisen. Ich habe euch gesagt, ich halte mich nicht immer an die Verkehrsregeln. Ich versuche... Ich versuche meistens normal zu fahren, aber hier ist doch gar nichts los auf den Straßen. Also komm. Also... Zwischendurch auch mal eine Chaos-Folge einbauen darf man machen, aber... Zum Thema zwischendurch, ich habe momentan das Gefühl, momentan ist jede Folge auf irgendeine Art und Weise eine Chaos-Folge. Aber wie gesagt, das passt zu meinem Leben, also... Oh nein! Hier steht... Hier steht hier... Speichern... Speichern, etwas ist schiefgelaufen. CE-Fehler... Strich... Zehn... Ach, irgendein CE-Fehler. 300 Mbits. Ja, okay. Wir fahren einfach weiter. Irgendwas mit CE-Fehler stand da gerade. Ich wollte es aber eigentlich nicht speichern. Ich bin noch im Spiel. Ich werde ja dann nachher sehen, ob das Video komplett durchgegangen ist oder nicht. Also... Habe ich hier so einen schwarz CE-Fehler bekommen? Ja. Hatten wir ja lange nicht mehr. Aber ja, gut. Du stehst direkt vorm Bus? Ja. So wie in echt. In echt stehen die auch direkt vorm Bus und zeigen eigentlich dir ein Ticket vor, aber der möchte noch ein Ticket kaufen. Also... Sich auch noch vordrängeln von denen, die ein Ticket haben. Ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Aber wir sind ja mal nicht so. Normalerweise müsste ich den als letztes dran nehmen, ne, wer sich hier vordrängeln will. Mit Absicht als letztes nehmen, aber... Ich glaube, wenn ich jetzt in echt der Busfahrer wäre, der gleichzeitig die Tickets kontrolliert, in echt würde ich den Opa hier auch wirklich als letztes nehmen. Aber hier im Spiel... Nehmen wir ihn mal als erstes, damit er hier die Tür freimacht. Aber in echt hätte ich den jetzt Knaller stehen lassen. Hätte erstmal die genommen, die schon ein Ticket haben. Mahlzeit, bitte sehr. Danke sehr. Moin. Ich hoffe, ich bin hier richtig, sehr freundlich. Salud. Sie wollen mich sehr freundlich. Hallo, mein Ticket. Vielen Dank. Hallo, hier, mein Ticket. Ich bin nur Witz, ne, da fangen wir nicht hin. Die haben mir echt das falsche Ticket gebucht. Wie bitte? Nein, nicht dich, die Truller möchte ich haben. Keine Sorge, ich komme schon klar. Ja, immer noch nicht dich. Die da, die hatte auch eins zum Einchecken, Alter. Mahlzeit, bin ich nicht... Ja, sorry, dass Sie sich umdrehen mussten. Der blöde Herr da vor Ihnen, der hat ja keinen Platz gemacht. Danke sehr. So, und jetzt steigen Sie ein, bitteschön. Mahlzeit, hier, mein Ticket, vielen Dank. Mahlzeit, ist das Goethe, danke. Mahlzeit, bitte sehr, vielen Dank. So, und jetzt auf nach Berlin. Sollte passen. So, steht das hier auch drauf? Ja, genau, hier steht das nämlich auch drauf. Die Tatütata, die Bekloppten sind wieder da. Ich weiß nicht, ich mag diese Flashbase-FM-Lackierung am liebsten. Immer freitags ab 19 Uhr. Die Radioshow, Flashbase-FM. Ey, ich muss echt mal gucken, ob das eine fiktive Radiosende ist oder ob es die wirklich gibt. Aber, ne Ding steht da ja gar nicht drauf, oder? Ja, ich weiß, ich muss das Gepäck nicht zumachen im Markadenmodus, es geht alleine zu. Aber, mich interessiert da jetzt was. Ne, hier steht leider nichts drauf. Also, immer freitags ab 19 Uhr, die Radioshow, Flashbase-FM. Leider steht hier keine Frequenz, wo man den Sender empfangen kann. Also, gehe ich mal davon aus, dass das einfach nur ein fiktiver Radiosender ist. Dass es den gar nicht gibt, dass der frei erfunden ist. Wenn es den aber geben sollte, wäre natürlich geil. Weil, ich finde das irgendwie cool, Tatütata, die Bekloppten sind wieder da. Also, irgendwie, aber man sieht es ja schon anhand der Akkubohrer und so mit der Werbung, dass das, glaube ich, einfach nur Werbung ist. Na, die hintere Tür lässt sich das nicht manuell schließen, ja, ist egal. Rein da. Nicht zu lange schnacken hier. Weil wir wollen ja Berlin diesmal noch erreichen. Wir wollen ja diesmal nicht wieder so ein Chaos haben, dass wir wieder auf dem Rastplatz halt machen müssen. Also, ne, ne. Bis Berlin wollen wir diesmal noch kommen. Und der Rest der Tour geht dann nächste Woche weiter. Ist dann halt die Frage, ob Anfang der Woche, Mitte der Woche oder Ende der Woche. Das kommt halt darauf an, wie dann morgen, wenn ich nachgucke, die Umfrage von euch abgeschlossen hat. Was ihr dann mehr sehen wollt. Da, wo was am meisten drauf ist, die Stimmen, die am meisten haben. Damit geht es dann Anfang nächster Woche weiter. Und die anderen Sachen würden dann halt Ende der Woche oder Anfang der darauffolgenden Woche kommen. Also, keine Sorge. Thermosimulator geht weiter. Aber kann sein, dass nach dieser Folge hier erstmal wieder ein paar Tage Pause ist. Je nachdem, wie ihr halt abgestimmt habt. So, jetzt aber nicht zu lange labern, weil wir wollen ja auch in Berlin ankommen. So. Mit der Ansage mache ich jetzt so weiter wie bisher. Die Deutsche durchratteln lassen, die Englische wieder ausschalten. Ich hoffe, dass das wirklich, wie gesagt, ihr habt jetzt ein paar Folgen am Stück aufgenommen. Deswegen konnte ich noch nicht auf das Feedback der letzten Folgen eingehen. Weil wir ein paar Folgen am Stück jetzt aufgenommen waren bis heute. Und dann erstmal gucken. Ich hoffe, dass das Feedback von euch positiv ist. Dass wir erstmal die Ansage so machen und vielleicht so damit umgehen können. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. Ich weiß, es war wieder kirschrot, aber egal. Seht ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Mhm. Du bist extrem ein wenigashvist.... Und f Herb wieder am foolish an. Für mich ist dein прис Kass dritter an zu den F lle 여기서んです. Okay. Wir kommen die Dagnüben, aber auch dieses Jahr bis zumlos für was wir wieder Wasser. Wir kamzen. Genau, es gibt eine Rolle. Ne, wie gesagt, ich weiß, die Folgen waren, die letzten Folgen, die letzten paar, die waren nicht ganz so geil, also muss ich ja ehrlich selber zugeben, bisschen viele Unfälle gebaut, bisschen Vieh gerast, auch jetzt, auch jetzt gerade wieder, ja, war klar, ja, auch jetzt gerade wieder, da so, keine Ahnung, also wie gesagt, das passt zu diesem, zu diesem ganzen Gefühlschaos auf und ab und dementsprechend, und dementsprechend sind auch gerade meine letzten Folgen ein bisschen gewesen, so, also ich so ein bisschen Wildsau, aber ich verspreche euch, das wird dann auch nächste Woche wieder besser, vielleicht auch schon ab morgen, weiß ich nicht, wenn ich morgen auch schaffe aufzunehmen, den Sonntag, also wenn ich dann Sonntag schaffe, ein bisschen aufzunehmen, dann werde ich auch wieder, wieder ein bisschen vernünftiger und normaler fahren, sagen wir es mal so, aber Ich finde halt, es ist immer noch ein Spiel und keine Realität und auch in dem Spiel kann man mal zwischendurch die Sau rauslassen Und von Erik oder wie er heißt, habe ich auch schon ein bisschen Feedback bekommen, das habe ich schon noch zur Kenntnis genommen Habe ihm zwar gesagt, ich habe fürs Wochenende schon vorproduziert, aber das habe ich noch gelesen gehabt Bevor ich jetzt hier diese Folge angefangen habe, die ist noch in der Produktionsphase halt da drin, in der Vorproduktionsphase Also theoretisch hätte ich auch hier schon wieder normal fahren können, aber zum Abschluss wollte ich jetzt noch mal ein bisschen Ja, halt so ein bisschen das Gefühlschaos demonstrieren und so, wie es innerlich in mir aussieht, auch so ein bisschen so das im Spiel halt lassen Das bin nun mal ich, das spiegelt halt meinen Spielstil so ein bisschen wieder Man merkt das normalerweise auch, ob ich gerade mega fröhlich bin, ob es mir gut geht oder ob es mir nicht so gut geht Also vielen meiner Community fällt sowas sofort auf, die merken sofort, dass irgendwas ist oder nicht ist Und deswegen bin ich immer offen ehrlich, aber wie Erik auch gesagt hat, also geschrieben hat, wird er mal erwähnt Ich denke mal, er weiß, wen ich meine Und dann werde ich das in dem nächsten Sehenswürdigkeiten-Video, weil ich muss echt sagen, mich freut das, dass meine Sehenswürdigkeiten-Videos bisher so gut bei euch angekommen sind Die zwei, die ich bisher gemacht habe, dann muss ich da in den Sehenswürdigkeiten-Videos mal gucken Weil Erik hat mir zum Beispiel geschrieben, ich soll hier in den Videos, die jetzt auch ein bisschen katastrophal geworden sind Wohl eigentlich, da soll ich dann eher versuchen normal zu fahren Also ich muss mich nicht immer strikt an die Geschwindigkeit halten oder nicht immer strikt an alle Regeln Aber ich soll doch in den normalen Videos bitte auch normal spielen Und in den Sehenswürdigkeiten-Videos, weil ich ja speziell in dem einen Sehenswürdigkeiten-Video gefragt habe Hier Sehenswürdigkeiten von Berlin, glaube ich, war es, da habe ich ja speziell gefragt Wie soll ich das machen? Auch mal über den Gehweg fahren oder rot fahren Da Hauptsache, ich kann euch die Sehenswürdigkeiten zeigen Und da hatte Erik zum Beispiel geschrieben, ja mach ruhig Also mal so richtig Chaos, alles rot mitnehmen, was geht Ja, das habe ich aber jetzt auch teilweise in den normalen Folgen gemacht Also ich hoffe, Erik reißt mir da nicht den Kopf ab und schreibt dann in den Kommentaren so von wegen Oh, Maulwurf So habe ich das nicht gemeint Und so, also Sondern Keine Ahnung, aber ich muss sagen, Erik tut Erik tut mit mir Sachlich diskutieren Und das ist dann so, das sage ich Nehmt euch ein Beispiel an Erik Also Guckt, wie er die Kommentare schreibt Gut, er schreibt immer sehr große, lange und Kommentare Aber das ist nicht schlimm Aber lieber sachlich halt Wie gesagt, sachliche Kritik Nehme ich halt sehr, sehr gerne an Und dann versuche ich das halt besser zu machen Oder anders zu machen Ich will nicht immer gleich, wenn ihr dementsprechend Feedback gebt Gleich alles besser machen Besser machen wäre halt übertrieben Aber ich versuche es dann halt beim nächsten Mal wieder anders zu machen Oder einen Kompromiss Den Kompromiss zu finden Dass ich halt mehr von euch erreiche Es gibt aber auch Spiele wie Tramsim Das sage ich euch ganz ehrlich Wie es ist Bei Tramsim Mit dem Ibis Ibis und ich werden keine Freunde Und auch der Gordon Der ist relativ sachlich geblieben Der Gordon, der unter Trump Meine Tramsim Videos geschrieben hat Der wollte eigentlich mir nur helfen Oder mir Tipps geben Aber Das eine oder andere werde ich mal berücksichtigen Auch von Gordon Sage ich ganz ehrlich Dass ich das eine oder andere berücksichtigen werde Aber es wird auch das eine oder andere geben Wo ich dann sage Nöp Das mache ich eben nicht Da bleibe ich mir selber treu Also ich werde ganz normal meine freie Fahrt in Tramsim machen Oder auch meinen Fahrplan in Tramsim machen Und wenn ich ihn nicht einhalte Ja dann kriege ich halt Dann kriege ich halt weiterhin nur Punkte für die Halteposition Und darf mich nicht wundern Wenn ich nur ganz langsam level Und wenn ich den Fahrplan hinkriege Und genau eingebe Dann Kriege ich auch immer Punkte für Pünktlichkeit Also Da kriege ich es halt nicht hin Da war auch wieder ein Unfall an der Seite Also Ich habe das Gefühl Dass ich in meinen Folgen immer nur Hier wie gesagt Unfälle am Straßenrand habe Auf dem Standstreifen Entweder Unfälle Oder mal ein Reifen am Standstreifen liegt Oder eben brennende Hier brennende Leitplanken in der Mitte Das sind so Ereignisse Die sich bei uns In letzter Zeit ziemlich oft häufigen Wegen der Häufigkeit der Ereignisse Also das passiert uns oft Und hier der werte Kollege Von dem ich gesprochen habe Hier Peru Zum Beispiel Der hat immer schlingernde Autos gehabt Bei denen hat sich immer Die Autofahrer rumgeschlingert Und haben sich vor ihm dann gedreht Und vor ihm dann erst einen Unfall gebaut Also Ist echt lustig Aber gut Peru spielt ja auch auf Der Xbox Series S glaube ich Und ich spiele es halt auf der Playstation 5 Das macht dann halt auch nochmal Unterschiede Die Grafik ist auf der Playstation 5 Klar besser wie auf der Series S Aber gut Die Series S kostet ja auch nur die Hälfte An der Playstation 5 Weil die Series S Die abgespeckte Variante Von der Series X ist Aber ich sage mal so Jedem das Seine Jeder so wie er Lust hat Also Bei mir gibt es keinen Konsolenkrieg Weder PC Xbox Playstation Jeder soll das spielen Worauf er Bock hat Ganz einfach Auf der Konsole spielen Auf der er Bock hat Und auch das Spiel spielen Worauf er Bock hat Also Ich würde nie sagen Ey was spielst denn du da für eine Scheiße Oder was hast du da für eine Was hast du da für eine Schrottbox Oder so Das würde ich niemals sagen Das würde ich niemals sagen Ich bin seit Kind an Playstation Fan Also Sony treu Und Das werde ich auch die nächsten Jahre Bleiben Das schließt aber nicht aus Dass ich mir irgendwann mal eine Xbox kaufe Wenn die Wenn die Exklusivtitel stimmen Und Xbox ist ja fleißig am Einkaufen momentan Die ganzen Exklusives hier Elder Scrolls wahrscheinlich demnächst nur noch auf Xbox Fallout wahrscheinlich demnächst nur noch auf Xbox Die sind ordentlich im Einkaufen Aber gut Sag mal Würde ich es für schade finden Weil ich Elder Scrolls auf der Playstation 3 das letzte auch gerne gespielt habe Ja ich glaube Playstation 3 habe ich Skyrim von Elder Scrolls noch gerne gespielt Elder Scrolls Online habe ich nie gespielt Aber Elder Scrolls Skyrim auf der PS3 habe ich noch gespielt Auf der PS4 dann nicht mehr Das Remaster Und so Aber doch Skyrim Kenne ich noch Und so Deswegen wäre schade wenn das neue Elder Scrolls 6 dann wirklich nur noch auf der Xbox kommt Aber ist es halt so Diablo 4 von Blizzard kommt ja zum Glück noch für PS4, PS5 und Xbox und so weiter Das kommt ja sogar für die alten Konsolen auch noch mit Aber gut Alles in allen Passt das schon aber trotzdem Ist das für mich kein Grund eine Plattform zu hassen Nur weil die Exklusives hat Überleg mal wie viel Exklusives Sony hat Gran Turismo Gut Uncharted Und Horizon Forbidden West und Horizon Zero Dawn und sowas zähle ich jetzt nicht mehr zu den Sony Exklusives Weil das hat ja Sony dann doch auch für den PC rausgebracht Letzten Endes Gut Forbidden West weiß ich noch nicht Aber zumindest ist es den ersten Teil Horizon Zero Dawn ist auf jeden Fall für den PC draußen Uncharted ist er jetzt wie gesagt auch für den PC draußen Da war wie eine Brenneleiplanke rechts Aber Ist mir Vom Prinzip ist mir die Plattform egal Solange wie ich Spiele drauf habe die mir drauf Spaß machen Aber Ich bin halt von Kind an Sony Spieler und ich bleibe auch Sony Spieler Ich habe aber trotzdem zu Hause einen Nintendo Switch Zwar bisher nur mit drei oder vier Spielen Aber ich habe eine Und eine Xbox würde sich momentan für mich nur lohnen Für Forza Horizon 5 oder allgemein die Forza Horizon Serie Und ich wollte immer mal schon Halo gespielt haben Aber nur für diese zwei Joges, für diese zwei Spiele brauche ich keine Xbox Alles alles andere was ich spiele bekomme ich für die Playstation halt auch So, nur 62 Kilometer bis Berlin Haben wir vorher noch einen Rastplatz Weil eigentlich müsste ich ja nochmal auf einen Rastplatz Soweit wir nicht das richtig in Erinnerung haben Wir sollten doch Nach Dresden vor Berlin eigentlich nochmal rasten glaube ich Aber gut, noch haben sich ja die Fahrgäste nicht beschwert Und ihr habt ja in der einen Folge gesehen wie schnell das geht Also ich habe damit auch kein Problem einfach mal zu bremsen Rechts ran zu fahren und zu sagen hier habt ihr eure Rast Wenn die Fahrgäste sich zu viel beschweren Aber ich finde das geil von wegen Das hier ist keine Verfolgungsjagd Oder wir sind hier nicht bei der Formel 1 Also ich finde das geil wenn die sich ab und zu mal aufregen Also hört ihr zwischendurch wenigstens auch mal die Die dummen Sprüche von der KI Also hat auch Vorteil wenn wir mal zwischendurch so eine Chaosfolge einbauen Weil das habt ihr wiederum in der freien Fahrt nicht Wenn ich in der freien Fahrt rase Überall drüber fahre und so weiter In der freien Fahrt habt ihr keine KI, die meckert Also meckernde KI gibt es nur hier bei den normalen Touren Also ich muss ja quasi bei den normalen Touren Zwischendurch Scheiße bauen Damit ihr die KI auch mal bei den normalen Touren meckern hört Ich wusste dass der jetzt bremst Ich gehe mal doch lieber vom Gas Weil mit Absicht hinten drauf fahren wollen wir dann ja doch nicht Da Berlin Sehr schön Da hinten seht ihr wieder den Funkturm Aber es ist auch in echt so wenn man auf der Autobahn ist Da habe ich immer direkt so ein Stückchen zu Hause gespürt Der eine oder andere kann es nicht verstehen Wovon wegen ich habe eine neue Freundin Blablabla Die habe ich jetzt auch schon seit bald einem Jahr Aber der eine oder andere kann es nicht verstehen Wenn ich immer so So sage dass ich Dass ich das noch immer so ein bisschen vermisse Also wenn ich das hier so sehe So beim Fahren Da denke ich so Ja was war das eine schöne Zeit Wenn ich von meiner Familie aus wieder nach Berlin zurückgefahren bin Und dann immer den Den Funkturm gesehen habe Und den Fernsehturm gesehen habe Und so und dann dachte ich so Ja nicht mehr weit Du bist gleich zu Hause Weil hier im Spiel ist das ja rucki zucki Hier im Spiel sind wir ja jetzt in ein, zwei Minuten da Aber in echt Siehst du die Sachen schon Und das dauert noch eine halbe, dreiviertel Stunde Bevor du dann endlich da bist Und so also das ist dann schon Aber das müsst ihr auch nicht verstehen Das sind so Sachen Das ist genauso wenn ich den Kölner Dom sehe Also das sind so Sachen Köln Und auch die bestimmte Sachen in Berlin Das verbindet halt trotzdem Weil auch Dafür war ich lange Hier ist lange genug halt da Köln sowieso Weil ich da halt herkomme Ja und Berlin Die meisten wissen das ja War halt eine lange Zeit Von daher Werde ich es auch nie ganz Nie ganz verarbeiten Und nie ganz vergessen Weil Ich glaube wenn ich es mir aussuchen könnte Und mir da einer eine Arbeit anbieten würde Würde ich da wieder hingehen Ist einfach so Entweder würde die Frau da mitkommen Oder nicht Da müsste ich dann halt Da müsste ich dann halt An mein Wohlbefinden denken Weil Wenn ich eins die letzten Jahre gelernt habe Dann heißt es Mehr egoistischer sein Und glaub mal Ich gebe gerne ab Ich bin auch gerne noch immer spendabel Manchmal zu spendabel und so Das lasse ich mir auch nicht nachsagen Aber wenn ich eins gelernt habe In den letzten Paar Jahren Dann Heißt das Mal mehr an sich selbst denken Anstelle an die anderen Und auch mal ein bisschen egoistischer sein Und genau das werde ich Werde ich jetzt In nächster Zeit Und auch in den nächsten Jahren Mal hier und da tun Dass ich einfach mal ein bisschen Mehr Sage ich 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 Und mal ein bisschen mehr Mich denke Ganz früher war ich richtig egoistisch Da habe ich Oft immer nur an mich gedacht Dann haben immer alle gesagt Ich sei Ich sei zu egoistisch Und so weiter Ich soll auch mal an die anderen denken Ja und dann Habe ich das Aber in den letzten Jahren Zu oft gemacht Ich habe zu oft an die anderen gedacht Ich habe nicht mehr an mich selber gedacht Und das Hat jetzt ein Ende Sagen wir es mal so wie es ist Also das war jetzt wieder die Folge Über das Leben Über das Karussell Über das ganze Auf Auf und Ab Und so Wie es auch in mir gerade aussieht Und so Also Aber gut Wie gesagt Ich will mich nicht beschweren Es gibt andere Länder Denen geht es viel viel schlechter Oder auch Oder auch bei euch da draußen Hier im eigenen Land Und so weiter Es kann einem auch viel viel schlechter gehen Und da kann ich mich momentan echt nicht beschweren Weil gesundheitlich geht es mir gut Hier mit euch geht es mir gut Weil Es gerade alles so ein bisschen Ja Ich würde schon sagen Die richtige Richtung einschlägt Und Ich hoffe der Erfolg will ich nicht sagen Aber ich hoffe das geht so weiter Wie es momentan ist Also dass der Weg so weiter geht Hä Ich finde es so geil Ich finde es so geil Also immer ist gelogen Ich bin ab und zu auch mal hier von der Mitte losgefahren Wenn ich nach Köln gefahren bin Sind wir auch ab und zu mal hier von der Mitte losgefahren Muss ich zählen Da 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 Aber der wird ja auch bald ganz anders ausgesehen Der Zopp Ich weiß nicht ob er mittlerweile fertig gebaut ist oder nicht Aber zuletzt Vor zwei Jahren Oder zweieinhalb Jahren mittlerweile schon Da Wo ich zuletzt in Berlin war Da War der ZOB in Berlin eine riesen Baustelle Da war der gerade am Umbauen Also ich möchte nicht wissen wie der heutzutage aussieht Aber gut Alles in einen Passt das schon Komm ich würde sagen Einchecken tun wir auf jeden Fall noch Mahlzeit Könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Klar Machen wir wieder andersrum Geht schneller Aber wie gesagt Ich will mich auch nicht zu sehr beschweren Moin Fahren Sie in meine Richtung? Sehr freundlich Nur zwei Leute die in Berlin mit wollen Okay Ne ich hoffe Das bleibt so hier mit YouTube momentan Ich habe euch jetzt ein paar Dinge In den letzten Folgen Und besonders in dieser Folge Jetzt wieder genannt und gesagt Und wieder ein bisschen so Übers Leben geredet Aber Gut Ich sage mal so Das gehört halt dazu Ne Also Nur dass ihr euch dann halt nicht wundert Gut wir sind jetzt erst Erst bei 39 Minuten Aber Nein Ich probiere es gar nicht erst Weil In 20 Minuten komme ich Definitiv Nicht Nach Usedom Geschweige denn Stralsund Also denke ich mal Die nächste Folge wird dann Berlin Usedom Stralsund werden Also in der nächsten Folge Versuche ich dann Bis Stralsund Durchzufahren Dann würde ich einfach sagen Wir lassen diese Folge Jetzt so stehen Ich hoffe Ihr könnt damit Confirm gehen Ich überlege Ich überlege Ob ich schon mal Die Zeit Überspringe Da muss ich nur Beim nächsten Mal Bei der Anmoderation Daran denken Dass ich direkt Auf Fahrt starten Gehe Aber das macht ja dann Sinn Und dann muss ich Daran denken Ja seht ihr Ich habe es nämlich vergessen Ich hätte vor Berlin Ich habe es noch gesagt Bei der Fahrt Rasten sollen Und in Berlin Ich darf auch hier rasten Am Bahnhof selber Aber das hätte ich machen müssen Bevor ich die Leute Einchecke Ja egal Wir haben aber dafür In irgendeiner Folge Ich glaube in der letzten Dafür haben wir in der letzten Folge Auch zweimal gerastet Einmal mittendrin Und einmal wo ich Auf dem zweiten Rastplatz Den Cut machen musste Den Folgenschnitt Den Cut machen musste Ich glaube da habe ich auch Kurz auf Rasten gedrückt Und nachdem ich Und während ich auf Rasten gedrückt habe Habe ich die Folge dann beendet Also Haben wir dafür Da einmal zweimal gerastet Kommt also in dem Sinne Aufs Gleiche raus Auch wenn wir hier einmal Nicht rasten Aber gut Lange Rede Kurzer Sinn Wie immer Wenn es euch gefallen hat Dann liken Und kommentieren Wenn ihr neu auf dem Kanal seid Dann gerne ein Abo dalassen Das hilft mir Und dem Kanal Sehr viel weiter Und dann würde ich Erstmal sagen Wir überspringen noch die Fahrt Speichern den Spielstand ab Und dann Bis zur nächsten Folge Euer Maulwurf Ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020